Ein fanzies Robots auf der ganzen Welt sein. Keine Ahnung. Versteh ich nicht. Für die Deutschen? Versteh ich nicht. Du sagst, du gibst dann einen Euro und fragst dich, was du gekriegt hast, dann darfst du die füttern. Da ist ja nix dran. Ich bin in dem Schuh. Da ist ja nix dran. 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 Wie heißt es genau? Jessica Almer zuhören.